Was geht ab, Pros? Ich bin Jack Daniel, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute gibt's den Waffenmeister Mittwoch und wir spielen ein bisschen Waffenmeister in Battlefield 4 und hier auch noch direkt auf Night Operations, schön im Dunkeln. Ja, ich werde mich jetzt wieder ein bisschen an meine Serien kümmern, die ich immer vorher hatte und auch machen wollte und ja, habe meinen Plan so generell ein bisschen von allem so ein bisschen verändert. Oh shit, yes, jawohl, und weggehauen dem Typen und ich werde mir ein bisschen mehr auf normales Gaming halt eben gehen, nicht immer nur so geschnitten in den Videos nur alle paar Tage, sondern ich werde immer versuchen alles irgendwie unter den Hut zu bekommen, weil ich in der Sendung gucke, oh ja, ist uns demnächst auch noch weggedotzt, läuft der, ah, dafür hat der Wichser mich geklickt mit 19, scheiße. Ja, und mir hat Waffenmeister Mittwoch immer sehr viel Bock gemacht, ich hatte halt eben nicht Lust irgendwie einfach so, ohne irgendwie einen Sinn irgendwie Multiplayer zu spielen, sondern wenn, dann muss es immer irgendwas gehen, also ich hätte keine Lust irgendwie da jetzt einfach nur so ein paar Runden, weil ich will, zu zocken, das wäre langweilig, aber so ein Waffenmeister an einem gewissen Tag, da macht das eigentlich schon immer Bock. So, vor allem hier Night Operations ist mal was anderes, oh, da rennt einer, nee, da rennt keiner, okay, ich habe gedacht, da rennt einer rum, aber das war noch ein Freund, nur ein blöder Freund, da kann man nichts mochen. Obwohl es ist Hardcore, doch, da kann man eben schon was machen, kann man ein bisschen Teamkill machen. Also das ist ja auch gerade so dunkel, dass ich echt überhaupt nichts sehe, weil es ist ja auch Sinn der Sache, Night Operations, muss dunkel sein. Yes, habe ihn direkt in den Kopf, ah, aber das wird der nächste auch wieder, ich spiele gar nicht mal so schlecht, das ist mein erster Headshot, danke, dass ihr mir das sagt, das ist sehr nett. Vielen Dank Battlefield, besser gesagt, vielen Dank Server. Wie lange bin ich denn, oh, super, die Dunkel läuft hier aber auch schon einige Zeit, hätte ich nicht irgendwie direkt. joinen sollen, beziehungsweise warten, bis der neue Runde beginnt, obwohl das passt eigentlich eh, weil ich glaube, der Runde würde sonst so, what the fuck, Ninja Bayano, der Bischof X hat mich ordentlich weggemacht mit seiner L8, holy shit. Ja, hier gibt es halt eben auch viele, viele, ja, Nachtsicht, Visite, ne, ist ja wohl klar, deine ist kurz vor Ende, aber fuck it, mach mal schon. Nicht so schlimm. Aber es macht Laune, es macht schon Laune. So, wo seid ihr denn rum, ihr Pischer? Wo seid ihr denn? Oh, fuck. Da ist irgendwas angeschlagen. Da ist irgendwas angeschlagen. Ich habe kein Taschenlicht, das ist ein bisschen Taschenlicht, genau, Taschenlampe, ich habe keine Taschenlampe. Ein paar haben sie, ich nicht. Man sieht hier echt, ein Scheiß, siehst du hier. Aber es ist ein geiles Feeling, auf Nacht hier rumzulaufen. Wo sind sie denn? Oh, war da einer? Oh, nein, von rechts. Du siehst nichts. Du siehst deine fucking Gegner einfach nicht, das ist ein Nachteil. Ja, außer wenn du da halt irgendwie rumkämst in der Ecke mit so einem Nachtsichtgerät, dann passt das schon. Geh, dann ist das okay. Meine Fresse. Oh. Ja, nur dadurch siehst du auch was. Sonst siehst du ja nichts. Ah. Ich muss gucken, wo die hier alle rumlaufen. Irgendwie bin ich da drüben sehr oft gestorben. Ich glaube, da hinten sind so einige rumlungern. Da haben wir einen. Nice, hab ihn. Sehr schön. Ich glaube, das könnte einer von mir sein, oder? Nee, ist nur einer von mir. Okay, 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 okay. Shield oder brace. Wo sind die? Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Monitor, vielleicht ein bisschen schneller stellen sollen. Dann ist ich hier nochmal extra weniger. Oh. Nice, hab ihn. Oh, was hab ich jetzt für ein Teil? Okay, 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 okay. Und die Ecke? Nice. Wunderbar. Wenigstens stehe ich ein paar nette Käschen. Das ist schon mal gut. Oh, oh, oh. Oh, da hinten, da hinten. Komm, die Ecke. Komm, raus. Komm, raus. Nice. Auch den Hammer. Fuck, hier. Gar kein Nachtwieser. Oh, shit. Oh, beide weggehauen. Und der nächste hinten. Alter, ich geh gerade ab. Oh, shit, ich geh gerade ab. Warum geh ich gerade ab? Fuck, wie viel hab ich jetzt bitte hier geholt? Ah, dafür hab ich mich jetzt geholt. Scheiße. Aber ich war grad gut. Ich hab nur 11,4. Alter. Ich kann ja doch ein bisschen Battlefield zocken, wie es aussieht. Ich muss ja mal scheiß Monitor ein bisschen ändern. Dass es nicht so fucking dunkel ist. Zu viel Kontrast und zu viel dunkle ganze Scheiß. Nee, ist kein okay. Oh, shit. Ist er tot? Ja, er ist tot. Okay. Aber ich hab drauf gehalten, ne? Ich hab dir geholfen, mein Freund. Schöne dir vielleicht einen Arsch retten können. Aber da hinten sind irgendwelche. Ich baller einfach da hin. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ich mach mal hier die Taschenlappe aus. Hier. Okay, die Taschenlappe glaube ich jetzt... Nein! Nein! Der hab ich jetzt getickt. Aber man kann ja auch irgendwie das nächste Preset dann auswählen. Seht ihr, da gibt's ja noch Pistolen zum Beispiel. Das find ich auch nice. Okay, ist der mal endlich durch, der am ersten Platz? Der braucht irgendwie schon lange. Oh, shit, oh, shit. Taschenlappe aus, Alter, weil da wirst du noch mehr gesehen in den Dunkelheit. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Hier ist niemand. Leiser. Das hat mich eventuell sehen können. Habe ich jetzt eine Shotgun? Ja. Ich glaube, das ist eine Shotgun, die ich jetzt hier hab. Nein, Alter, da bin ich auch Leben überlebt. Fuck me, Alter, das gibt's doch nicht. Aber wenn der jetzt getötet wird, dann muss ich eigentlich einen Assisted Skill bekommen. Weil, äh, den hab ich doch betroffen. Ich hab den Wichser doch getroffen. Komm, gib mir den Sound, äh, Sounderskill. Genau. Assisted, Counterskill. Das meine ich. Oh, da rennt einer, da rennt einer. Ah, ich glaub, den kriegen die, den kriegen die. Dann bringen wir auch einer. Fuck, is it down? Is it down? Ja, it's down. Okay. Scheite, scheite. Ich glaub, das ist ein neuer. Ein neuer Spruch. Komm, 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 komm. Oh. Da ist nicht close. Oh, da links war doch irgendwas. Oh, fuck, oh, fuck. Okay, der hat ihn. Wie hab ich irgendwas aufleuchten gesehen? Ich hab mich irgendwie mit dem Aufleuchten gesehen. Hier läuft irgendwo ne Leuchte rum. Wahrscheinlich werd ich jetzt hier um die Ecke gleich gekillt davon. Nein, alter, Double Kill mit einem Schuss. Scheiße. Nein, ist wieder zwei geholt. Alter. Mann, ich hätte drunter echt am Anfang an spielen sollen. Ich räu mich auf. Ich räu mich grad auf. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er, wo bleibt noch einer. Nein, alter, nein! Warum pass ich nicht auf? Scheißen, Dreck. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hätt ihn noch holen können. Tja, wenn man halt wieder hinter diesem Kopf passiert. Ich bin an dem vorbeigelaufen, alter. Den muss ich auch decken. Ja, was ist das denn, Idiot? Ich bin da vorbei, haha. Oh, da war einer, da war einer, da war einer. Wo ist er? Da, nice, hab ihn. Nice, 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 nice. Lebt er noch, lebt er noch? Ja. Nein, jetzt haben wir auch. Oder hinten noch einer. Also bei mir läuft grad. Kann man nichts meckern. Da kann man nicht meckern. Einen nach dem anderen mach ich hier grad weg. Da kann man absolut nicht meckern. Oder hinten kommen wieder welche. Oh, das ist zu weit, das ist zu weit. Kommt doch, kommt doch. Nice, hab ihn. Ein Headshot sogar, wie auch immer. Ah, fuck, jetzt hat er mich auch mal. Jetzt haben sie mich auch mal getritten. Ich stehe da die ganze Zeit schon auf dem offenen Feld und ich tue irgendwie nichts. Okay, ich hab einige mitgenommen. Alter, ich hab ein 22,8. Ja, mei. Läuft bei mir. Ja, ist die Runde auch schon vorbei. Schade, okay, das war noch ein bisschen eine kürzere Runde. Macht nix. Und ja, wenn euch das gefallen hat, nicht vergessen, Leute, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt dann schön in den Kommentaren Hashtag, ja, geile Kills. Ne, weil das mag auch eine geile Kills. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.